Stehen Sie aufrecht, Bauch und Gesäß sind leicht angespannt. Strecken Sie Ihren linken und rechten Arm im Wechsel aus der Schulter so weit wie möglich zur Decke. Gehen Sie bei jeder Streckbewegung auf die Zehenspitzen und setzen Sie die Ferse danach wieder ab. Führen Sie die Bewegung dreimal für jeweils 15 Sekunden aus.